Servus und hallo, ihr fragt euch wahrscheinlich, warum sitzt der da so frech mit seinen Füßen auf dem Tisch. Aber heute geht es um, richtig, das Schuhwerk, und zwar genauer gesagt um den Badile Bergschuh von Meindl. Also wie bereits erwähnt, möchte ich den nach dem Bergpitz Badile benannten Bergschuh von Meindl vorstellen. Ich habe den Badile jetzt seit fast vier Jahren im Einsatz und möchte jetzt einfach mal zeigen, wie er nach der langen Zeit im harten Gebrauch aussieht und was mein persönlicher Eindruck ist. Den Schuh habe ich so gut wie in jedem Gelände getragen, also egal ob beim Wandern, Bergsteigen auf steinigem Untergrund oder bei der Jagd im bewalderten Untergestrüpp und kann sagen, er hält echt was aus. Der sehr robust erscheinende Schuh lässt vom ersten Eindruck her vermuten, dass er einiges an Gewicht hat, aber das ist gar nicht so. Er wiegt in meiner Größe, ich habe 7,5, gerade mal 750 Gramm. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Nubukleder, das sehr edel wirkt und extrem widerstandsfähig ist. Die Sohle ist echt zwiegenäht, das bedeutet, dass Sohle und das Schuhobermaterial durch zwei sichtbare Nähte mechanisch verbunden sind. Diese Nahtverbindung macht den Schuh besonders haltbar. Das Innenfutter ist auch in Leder verarbeitet und das Fußbett mit Meindl's Air Active Softprint Drysole ausgestattet. Diese Einlegesohle absorbiert und speichert die gesamte Fußfeuchte und trocknet so schneller als übliche Materialien. Die Meindl Multigriffsohle von Vibram bietet durch das griffige Gummiprofil besten Halt im Gelände. Das selbstreinigende Profil und der Hakenabsatz bieten zusätzlichen Halt auf schwierigerem Terrain. Das in die Weiche Zwischensäule eingebaute Luftpolster im Vorfußbereich unterstützt zusätzlich ein angenehmes und bequemes Gehen. Angeboten wird der Bad Dille als Herrenschuh in halben Größen von 5 bis 12 und die Damenvariante von 3,5 bis Größe 9. Mein Fazit nach vier Jahren Gebrauch, ein echt robuster Schuh mit guter Passform, der für Sommer und für Winter geeignet ist. Im Winter hatte ich selbst bei Minustemperaturen keine kalten Füße und im Sommer bei Hitze hatte ich nie das Gefühl, dass ich schwitze. Das war es schon wieder von mir. Ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Eindruck von Meindl Bad Dille Bergschuh vermitteln. Dann verabschiede ich mich. Bis demnächst. Ciao. Bis zum nächsten Mal.